Die Liquidität von Gold ist in Krisenzeiten so hoch wie bei nichts anderem. Das Verlangen der Deutschen nach Gold ist so groß wie nie zuvor. Aber nicht nur bei den Deutschen ist Gold beliebt. China ist einer der wichtigsten Player auf dem globalen Goldmarkt. Im Iran herrscht ein Goldrausch. Wenn es etwas gibt, das Menschen in der Türkei ein Leben lang begleitet, dann ist es Gold und die Liebe der Inder zu Gold ist grenzenlos. So viele Menschen können doch einfach nicht irren. Wann fangen sie an? Informationen zu Gold und Investment bekommen Sie hier auf Anixe, natürlich von REFA.